Ein wunderschönen Newton Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge X-Men Origins Wolverine. In der letzten Folge sind wir auf einem Mädel getroffen und dieses gilt es jetzt wahrscheinlich zu befreien. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, sieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und wenn ihr ein Sekündchen Zeit habt, ja, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, das würde mir sehr helfen. Dankeschön. Warum geht das jetzt nicht? Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, sieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Oh, scheiße, so ein Ding ist das. Ach, die sind das wieder. Oh, schön. Level Up können wir immer brauchen. Oh, der hat gesessen. Ah, das merkt der morgen noch. Na, hat das gereicht? Hör doch auf mit sowas. So, mit unseren Sinnen können wir dich sehen. Ah, nicht das Fass. Gut. Das Fass wäre jetzt unschön gewesen. Oh, dann schauen wir uns mal weiter um. Was, wo, wie, wer? Ach, da hinten. Da hinten ist wer? Oh, shit, jetzt kriege ich aber langsam. Oh, nein. Und, genau. Ja, das, das war enger. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist meistens gut. Ey, Summer. Okay. Da ist doch noch wen. Gut. Ach ja, ein wunderschöner Schnitzler. Einfach mal das Hirn rausschalten und, äh, einfach machen. So mag ich das. Kommen wir hier mit C öffnen. Na, komm. Zeig. Nein. Nein. Warum wartest du? Wolverine. Ja, hättest du, hättest du gleich intervenieren können. Aber gut, ich sag das immer so leicht in meinen jugendlichen Wahnsinn. Aber hier mal. Dann, folgen wir mal. Oh, Kontrollpunkt. Da gibt's bestimmt gleich wieder ganz groß Stress hier. Hm? Ah. Schön, schön. Da lang. Ich halte mal schön auf dem Boden. Oh, zwei zum Preis von einem. Irgendwie fühlt sich das auch so schön übermächtig an hier. Mit Logan. Ja, ganz ehrlich. Er ist ja eigentlich, äh, ziemlich unkaputtbar. Ich weiß gar nicht, was man machen müsste, ähm, damit er, ähm, drauf gehen würde. Da müsste es ja so ziemlich alles zerstören bei ihm. Na, es ist doch grün. Okay, müssen wir irgendwie da drumherum? Oder gibt's hier? Hm. Grün hieß doch eigentlich, es ist frei. Ah, warte mal. Aber der zeigt mir hier irgendwie... Wie? Warte mal. Ist da oben... Nein. Haben wir hier vielleicht irgendeinen Schacht oder irgendwas? Okay, der Geruchssinn zeigt mir in die Richtung. Da sind wir ja hergekommen. Na gut. Dann gehen wir halt hier lang. Wollt er schon wissen, was er da macht. Wenn ich hier diesen... Äh, blocken mit Z. Oh, schön. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, guck mal hier. Wieder mutagen, oder was ist das? Samurai. Deine Kampfreflexe werden schneller. Du hast ein mutagen gefunden. Gehe zum Charaktermenü. Blablabla. Befinde alle mutagene, um das Kampfrepertoire zu ververständigen. Ja, okay, das haben wir. Wird mir das jetzt jedes Mal angezeigt, wenn ich sowas finde. Okay. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Was bringt mir denn... Samurai. Ja, mal gucken. Haben wir hier... Ey, guck mal, wir haben... Vier Stück haben wir. Ey, toll. Da will ich noch was in den Klauen. Äh... Woher Klauen... Ach, ja, nee. Da brauchen wir acht. Klauen drehen. Wutdauer. Wut. Okay. Ja, ja. Ich glaube, da sammeln... Ja, wobei, Gesundheit. Gesundheit wäre auch toll. Nee, nee, nee. Ich will erstmal noch in den Klauen was haben. Hm. Samurai. Deine Kampfreflexe werden schneller. Ja. Innere Wut. Erfahrung. Was habe ich denn jetzt eigentlich ausgewählt? Ich hatte doch Glaube... Nee, genau. Vitalität. Nee, dabei bleiben wir. Irgendwann wird das hier auch mal freigeschalten. Weiter hier lang. Nee, 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 Kumpel. Glaubst du, du kannst doch so einfach abhauen? Kannst du nicht einfach das Mädel hier klauen und dann hier meinen, du könntest hier einfach abhauen von mir. Oh, der will. Autsch. Ah. Okay, ranzpringen ist nicht. Okay, dann komm her. Dann komm her. Und dich habe ich dann schon mal am Boden. Das ist gut. Okay, wo, wo? Wo ist der Heini? Da oben ist der Heini. Na? Warum kann ich da jetzt nicht hochspringen? Okay, warte mal. So. So ein Ding war das. Tür eintreten. Hey. Tür eintreten hatten wir noch nicht. Ja, ja. Ist klar. Hat er gesagt, ja. Wir retten an Anna. Anna. Was ist passiert? Es ist Zeit, um zu gehen. Okay. Ich versuche es. Nein, warte. Ups. Ich bin sorry, Mr. Logan. Beide uns beide sind wirklich hart. Ich muss resten. Nicht zu uns, Kind. Ja, genau. Ich bin resten und ich kümmere mich um den Rest. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, bye. Aber so kann Logan immer noch am besten arbeiten. Ja, ich meine, wenn du nicht auf jemanden aufpassen musst, kannst du immer noch am besten arbeiten. Oder wenn du dann noch so ein unschuldiges kleines Kind dabei hast. Ich gehe mal davon aus, dann in die Richtung. Oh, oh. Ah. Ah. Den habe ich natürlich nicht. Gleich erwischt. Ah, dieser Sprung-Move. Ah. Er ist so... Wah. Er lebt noch. Ich kann ja das wagen, einfach noch zu leben. Hallo. So. Jetzt ist da nichts mehr mit Leben. Wieder ein Kontrollpunkt. Okay. Oh, oh. Ah, stimmt. Das wurde überschwemmt. Oh, oh. Ich hasse sowas. Lauf du Tier. Lauf. Ja, und ich hasse es entgegen, also zu der Kamera hinzulaufen. Was denn jetzt? Ich hoffe mit sowas. Nein. Mission fehlgeschlagen. Aber ein bisschen zu langsam. Vielleicht hätte ich den Sprung schneller machen müssen. Oh, oh. Ich sehe da schon, das könnte jetzt nervig werden. Ja, das können wir doch schon. Achso, überspringen ist nicht. Alles klar. You must have me confused with a commanding officer who repeats himself. Floodgates are now open. Ein Bad tut ja immer ganz gut, aber... Auf die Art doch nicht. So. Ah, ja. Na. Mach doch hier Sprung. Achso. Das ist so beabsichtigt. Alles klar. Kann man machen. Oh, shit. Ui. Logge macht ja eigentlich keine halben Sachen, aber... Anscheinend. Ja, was denn jetzt? Muss ich den da irgendwie... Ne. Na? Ja, komm. Hör auf. Achso. Das willst du wahrscheinlich. Oh. Oh, oh. Deckung? Machst du selber, ja? Ach, nee. Okay, gut. Ich hab gedacht, das wird jetzt anstrengender. Drei Jahre früher. Okay. Okay. Ah, wir sind immer noch in dieser... Das ist diese Mission, wo Logan eigentlich merkt, mit was für einem Menschen er da zusammenarbeitet. Und was für ein dreckiger Mist sagt eigentlich Saber-Typ ist, äh, Victor Creed, ähm... Heißt der, ja? Irgendwo hat mir mein großes Brüderchen auch mal gegeben. Oh nein, nicht... Oh nein, nicht schon wieder so einer. Äh, okay. Okay. Unsere Krallen sind verbessert, aber... Und, Victor. Ja. Wie bitte? Ach. Ach, jetzt hat er sein neues Level. Ach, deswegen. Deswegen hat er nicht weiter geschnetzelt. Wow. Nein. Ah, da war ich zu eif... Da war ich zu übereifrig. Hör doch auf. Nee. Okay, dann wirft er jetzt sein Steinchen. Au. Oh, Mann. Ah, da kriegst du doch... Die Korzeritis. Nein. Hör auf damit. Shit. Das war's. Das war's gleich für mich. Jetzt aber. Ja, komm, mach... Mach, 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 mach... Äh, nein. Ah, da war ich zu viel. Da war ich zu viel. Scheiße. Hör doch mal auf. Hör doch auf mit dem Steingewerfe. Ja, komm. Mist. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht gerade wegspringen, ne? Ach, komm. Ey, ich bin schon seitlich weggesprungen. Na, spring doch ran. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich. Oh, Mann. Ich kann ihn gerade auch so gar nicht ausweichen. Ah. Komm jetzt, ey. Und weg mit der Rübe. Ah. Und nochmal Level ab. Level 11 haben wir schon. Wow. Oh, jetzt kommt ihr wieder. Genau, äh, äh, das war ja, äh, ich glaube diese Mission war dann das gewesen, wo dann auch, äh, wir im Film dann Deadpool, ich sag mal die schlechte Deadpool-Variante mal gesehen haben. Ich glaube, äh, ich glaube, äh, ich glaube, äh, ich glaube, da hasst er sich noch für. Ah, ich glaube, da war ein Auto. Ah, guck mal hier hinten. Nein. Oh. Oh. Da war ein Au da. Okay, okay, okay. Warte. Sollte reichen. Wieder ein Mutter gehen. Ja. Unaufhaltsam. Ja. Okay. Nein. 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 Ach, so. So ist besser. Ja. Ja. Ah, wieder eine Marke. Oh, scheiße. Wieder auch mit sowas. Wie bitte? Oh. Okay. Oh, ich will wieder zu viel. Ich will zu viel. Oh. Upsi. Da wollte ich wieder zu viel. Ah, lass einfach die Marke liegen. Lass sie einfach liegen. Als gäbe es irgendwelche Tempel mit solchen Fallen. Lass die Marke liegen. Es kommen noch andere Marken. Na. So, äh, lauf. Und jetzt. So. Äh. Da wollte ich wieder mal zu viel. Da wollte ich wieder mal zu viel. Logan. Great. elongars. Upsi. Die Marke. Was. Was? Was? Ich muss jemandenseinnungsüstung aufgrund der Ionemitter. guh. Da. Halten Sie noch einigen. Mal. Na ein Moment. Mal. 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 Du musst jetzt nachiliehen. West, dann nach. North. Es liegt auf einer anderen Art. Genau. Danke. Du. better steppern auf, buddy. Weil Kree ist auf dem Weg nach Tower 2, und niemand zu dieser Art 3. Wer. Ich versuche ihn die Selle, dann nach der Gere. Wer. Logan. Alles klar, Freunde. Aber an der Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ich schaue das Machetenmeister-Video. Okay, komm. Die machen wir schnell noch. Aber dann, dann muss aber auch mal gut sein, Joll. Die, die holzen wir noch weg. Alles klar. Jetzt ist aber Schluss für heute. Okay, na. Ja, doch, nein. Wir machen trotzdem jetzt Schluss für heute. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotti. Ciao, ciao.